Ja, ja, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Freunde, wir spielen heute einen Deathrun und zwar sind drei Leute mit dabei. Erst mal Benicious, dann ist es Odo, Mann. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Mecker, tischen, fette Schweine und ich bleibe einer Bleine. Wiggle, jingle, 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 jingle. Soll ich da gar noch weitermachen, oder? Andere kommt bitte. Andere ist auch mit dabei. Schmutz da wegmachen. Freunde, wir sind drei Spieler, die Earnings haben. Ihr könnt da jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, wer gewinnt. Odomann ist Pro, ich bin auch Pro und let's go, Digga. Wir machen ein kleines Raise, ihr könnt reinschreiben, was ihr denkt, wer gewinnt. Darf ich mir was anmerken? Odomann jetzt schon verloren, weil er bei No reingegangen ist. Oh mein Gott, Digga. Ey, man spornst in Timbukdistan, Digga. Ich schwör, es ist so satisfying, wenn man gut in Deathruns ist, ne? Ja, Mann. Ich schwör, ich schwör ja. Irgendwann wirst du es auch rausfinden. Musstet ihr gewinnen, Digga? Hey, wie? Ich bin richtig gebärbelt. Ich war einzigartig mit Earnings, Junge. Digga, wie viele Earnings hast du, Odomann? Sag mal. Sobald Andere dich vorgelassen hat, hat er vor uns. Hä, was laberst du? Ja, ist so. Eigentlich wäre ich erster gewonnen. Ist so. Hä? Ja, aber schon. Ich muss immer damit leben, wer kann. Ist so. Nein, Odomann, wie viel... Ja, sogar Trott. Odomann, wie viele Earnings hast du? Sag ich dir nicht. Sag mal, bitte. Nein? Sag mal. Früher hast du noch immer so gerne gesagt. 2K, ich hab das Vierfache. Oh, push dich doch. Digga, wie ein Laptop ein Earningsführer. Hä, ich krieg kein Laptop. Wieso? Ja, ich krieg das Geld. Warum? Ich hab gesagt, ich brauch kein Laptop. Achso, konnte man das aussuchen, oder was? Klar. Ah! Er sagt, klar. Klar. Sorry, Mirkan. Hä? Ja! Ich hab das sucht. Abou-Chaka-Klamm ist und der aussuchen kann, Flinger. Digga, Arafat. Arafat, hast du das gehört? Ach, Digga, ich mach den Sprung nicht, Mann. Ich bin behindert, Mann. Oh, du hast ein breiter FaceTime. Welches Level bist du? André dachte gerade, ich block ihn. 16. Ja, ich hatte richtig Angst. Ah! Ah! Aua, André, du bist so ein 31er. Ich bin der Klügste hier. Wenn ich bin der Klügste, wenn wir Klügsten. Hä, wo lang? Nein, jetzt hab ich so einen richtigen Oderman Jump gemacht. Nice, stehlig. Welches Level bist du? 19. Was? Okay. Ich bin wieder runtergefallen. Oh mein, warum seid ihr so arrogant, ihr Flöten? Hä, wir sind nicht arrogant. Digga, weil du zwei Wochen lang ganzer Zeit erzählt, dass du Earnings hast und wir nicht. Ich schwöre ja, Digga. Ich schwöre ja. Aber hä, André, dieser Wurst ist voll verbacken, Digga. Ah, ohne mal verbacken, ich komm da nicht hin. Hä? Digga, Jus, ich hatte meine Bandana nicht auf. Jetzt hab ich's auf, Digga. Glaub mir. Trotzdem ist jetzt nicht, Tupac. Ach, Digga, ich bin direkt gestorben. Das ist Fett, Puck. Also, sag mal kurz, wenn du mein Merch machen möchtest. Nein. Ja, mach, ich hab selbst keinen, Digga. Lolingo.de, Oderman Piguet, Digga. Ja, wenn ihr genauso scheiße aussehen wollt wie Oderman, Digga. Irgendwann war mal so ruhig gewesen, Cringe, hallo? Alter. Ja, weil das war so witzig, dass man kurz aufladen musste danach. Ja, safe. Wegen Lachgetriebe, ne? Ja. Alter Maulmöcher. Okay. Meine Aufnahme, ich hatte meinen Maul. Ach, Digga, alter Maulmöcher. Hä, Merkur, wo kommst du denn auch von mir her, Digga? Digga, ich war Dings. Aus der Ecke draußen drin. Ah, jetzt hab ich ihm auch noch geholfen. Nimm Spaß. Digga, aber mal ehrlich, wo kommst du her, Digga? Ich weiß auch nicht. Du hast doch noch mal irgendwo rumgeflogen, Digga. Frisch aus dem Ghetto. Ja, ich kipp deine Mama. Digga, das ist einfach, guck mal. Einfach, wenn einfach, einfach ist. Oh, du mal weckst, der bist du. Einfach, einfach, einfach. Mal ein kleines Update von Odoman, weil Odoman ist auch mit dabei. Welches Level sind sie denn, Herr Piqué? Guck doch mal rechts, Digga. Ich hab, ich bin zweiter Platz. Level 34. Rechts ist halt, ich hab zweiter Platz. Ich hab nicht ihr letzter. Nein, wir machen hier einen kleinen Weltrekord, okay? Tür und Jump, ich stech doch deinen... Hä, Tür? Bruder, du hast gar keine Tür. Das ist einfach nur eine offene Tür. Ja, eine Tür, eine offene Tür. André direkt hinter mir, es war so klar. Odoman auch direkt hinter... Ach, Digga, ich find das so peinlich, wie ihr euch gebt hier, Digga. Hä, wie? Ja, dass ihr immer einen runter macht. Gib ihn, gib ihn. Wie, gibt... Bist du auch ganz, ganz früher, das Weems, der erste Weems war Melchweems, glaub ich? Das ist Gib ihn, Gib ihn. Das war, wenn man direkt geklaut hat. Ich schwör, ja. Direkt geklaut, Digga. Hä, dein Ernst? Was für geklaut, Digga, das ist mein Gesicht, Digga. Was für geklaut. Oha, also hast du zusammen... Oha, also... Guck mal, oha, wie du sagst, Digga. Er weiß es nicht mal wertzuschätzen, dass Fanpages Sachen machen? Traurig einfach. Natürlich wertschätzig. Ja, ja, okay. Odoman, wir wissen alle jetzt Bescheid. Macht alle Fanpages... Fanpages. Ja? Seitdem Merkart Earnings hat, ist er abgeholt. Oh, normal, das stimmt. Ich dachte, er müsste mal in die Tür reingekommen, aber war gar nicht so. Ja, Bruder, ich bin jetzt reich. Bruder, was für ein Laptop, ich hab Geld mehr bei mir. Was für reich, ich hab einmal Odoman seinen Monatslohn bekommen, Digga. Ja, was sagst du jetzt dazu? Ich schärte den ganzen an derselben Falle. Was sagst du jetzt dazu, Odoman? Ich sag gar nichts dazu. Ja. Jetzt hat er eine Fresse, Junge. Wenn du mich ein bisschen geforscht hast gerade, Digga. Heavy. Ja, Odoman fühlt sich gerade ein bisschen cool gerade. Ich schwör auf alles, ja, Digga. Odoman, du bist trotzdem letzter. Ah, sie kennen ja. Wisst ihr, ich hab euch großgeholt. den Mörder. Aber man muss sagen, Mirkan, Real Talk, Odoman ist letztes Mal weit gekommen und jetzt auch wieder weit gekommen. Also wir haben ihn schon krass trainiert, muss ich sagen. Und das war's? Ja. Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht mal. Halt dein Maul. Jetzt nicht. Das ist jetzt, weil, weißt du? Ding, name, ein Cousin. Ah, weil, äh, Snoop, äh, Dock. Weißt du? Snoop, Dock. War auch so. Dock mit CK. Jungs, ich bin Level 41. Wo seid ihr, Digga? Ich seh ihn. Wenn jemand abwärts zu mir fragt, Jofi, wie verdienst, wie verdienst du dein Geld? Ich sag, ich verdiene mein Geld mit Scheiße labern, Digga. Digga, wie geil ist das? Ja, ist doch geil, Digga. Das sind alle, die sagen, hey, die sagen, nein, ich sag, doch. André macht nur einen Song, hey, nein, doch, und ich sag, hey, Apel. Dann lass mal einen Schlager rausbringen, so Schlagermusik, Revi-Style. Digga. Das wär richtig krank. Ja. Dose. Dann hören die Leute das, so wie an Release-Stay, so wie bei Revi und dann hören die nie wieder. Ist halt so, Digga. Also nur Front, aber. Ja, das ist halt so. Ist wirklich so. Ja, sad life. Sad life. Moon life. Moon life. Ungönung, wir würden dir Track rausbringen, Chris Brown würde zu uns kommen und sagen. Chris Brown ist gesagt. Ja, okay. Er wird zu sein. Mach doch wieder Sprachaudio an, Digga, dass ich distract werde. Chris Brown würde zu mir kommen, er wird sagen, yeah, yeah, was geht? Wahrscheinlich. Ich bin dein größter Fan, mir kann. Warum machst du wieder Death Front? Ich hoffe, alles erfüllt. Er wollte jetzt doch mitmachen im Video. Du musst diese Englische machen. Mann, Digga. Gleich hier. Mann, nie. Äh, hallo? Hallo? Ich habe gerade eine Donut bekommen, deswegen. Ich muss auch so. Achso, ja. Danke, Sirlox. Sirlox, ich kriege dein Herz für 200 Bits. Warum sagst du so meine Aufnahme, du kleiner Hund, Digga? Ich muss. Ich habe doch gesagt, ich muss. Guck mal, wie er das sagt. Ja, ich muss. Nein, musst du nicht. Spendet alle, spendet alle. Ich schwöre es dir. Ungelogen. Ich verweist, oder? Ich müte dich. Ungelogen, ich spendet. Ihr kommt trotzdem nicht in die Aufnahme rein. Ja, der jubbt mich doch nicht, Digga. Ich gebe doch jetzt den kleinen Kindern nicht die Möglichkeit, um einfach in meine Aufnahme reinzukommen. Ihr kommt trotzdem mal, wenn Mirka nicht schneidet. Ist halt echt so, Digga. Hä, ich habe doch Cutter jetzt. Ah, stimmt. Okay, ihr kommt doch nicht rein. Erst, echt? Ja, normal. Er sagt, ja, wie alt es mich denn Cutter will. Max, Grüße gehen trotzdem an dich. I cry, mich schnell in meinen Videos jetzt. Jetzt, wo Lambo Platten hat, er hat gesagt, ich nutze die Boden der Tatsache. Komm, was sagst du? Das hat echt Platten. Nee, er hat immer Probleme mit seinem Auto-Werb. Ich schaue auf alles, Digga. Der ist voll hier, da war Reifen-Getoppt, Sache kaputt. Ey, was sagt ihr? Ich bin Level 130. 130? Ja. Ich bin Level... Ich auch. Exist du, du Mann. 75. 75. Ich soll mich gerade noch so blöffen, so 85. 85. Du darfst nicht lügen, Digga. Oha, warum darfst du nicht lügen? Lügen darf man echt nicht sagen, weil das... Das ist herren. Es ist, ja, es ist, es macht, vor allem Lügen sagt man nicht. Ich glaube, es sagt für deine 100 Bits. Digga, oh du Mann. Ich hab gedacht, du checkst das nicht, Digga. Ich hier, ich check es, Digga für deine 100 Bits. Wie kann man das nicht? Digga. Du machst es nicht, Digga. Ich hab mir die Hose geschießen. Ja, ich battle das durch, Digga. Ich hab den tatsächlich noch nie gespielt. Na, dieses Mal, mit der Front. Was laberst du, Junge? Ich hab den noch nie gespielt. Ich hab den vor 10 Minuten durchgespielt. Hä? Ey, stimmt. Was labert ihr? Ganz kurz, Jungs. Hä? Ihr habt den vor 10 Minuten gespielt. Bis Level 70 haben wir ihn gespielt, Bruder. Nein. Na klar. Ungelogen, Ungelogen, Hashtag Lügen BK. Ja, 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 stimmt. Lügen BK. Hey, nein. Also Burger King hat gelogen. Lügen BK. Achso. Oh Gott, ich bin, oh so, Mann. Oh Gott, ich fahr AMG. Nein, 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 das ist runtergefallen. Fackst du. Oh, interessiert mich das, was trotzdem AMG-Fahrer. Ich war? AMG-Fahrer stecken Schlüssel sogar in die Hose, damit es größer aussieht. Normal? Ja. Deine kleine Pimel. Oh. Pimel? Was hast du gesagt? Bald auch AMG. Ausländer mit Geld. Pimelzahl. Kennt ihr nicht, diese 3, 1, 4. Auf einmal hat Dings gewonnen von Nemo und so, 3, 1, 4. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Digger, aber sag's gar nicht. Prima, zwei. Hey, und Nemo ist wo unter Vertrag, du kleiner Lutscher? Nicht, bei 3, 1, äh, 3, 8, 1. Hä? 3, 1, 8. Der ist nicht mehr bei 3, 1, und abdienst Sport. Nemo, was ist denn klar? Nemo ist bei 3, 8, 5, i. Nein, Nemo hat sein eigenes Label gegründet im Sport. Wie heißt das? Wie heißt das? Ja, siehst du, Digga, das Odoman, Digga, mit seiner... Der Label heißt Nemoals. Niemals. Ah, das heißt Dedenerf Maui, ne? Ja, so heißt es. Bist du dumm? Ich hab grad geraten, Digga. Weißt du, was Dedenerf Maui heißt? Ja. Nee, will ich auch gar nicht wissen, Digga, weil wir beide live sind. Hä? Das ist nichts Stimmes. Das ist eine Postleitzahl. Also Dedenerf ist eine Postleitzahl bei mir in der Umgebung. Der kommt bei mir aus Leonberg. Ja, der kommt aus dem Arsch, ne? Hat er Maul. So eine Speckfalte. Hat er Maul. Aber so ein kleiner Nemo-Rin gespawnt, Digga, so. Gespawnt, sorry für Minecraft. Hast du es heute, dass es noch spawnende Minecraft geht, ne? Oh, wie kommt das so raus? Wissen Sie, was mich interessiert? Schreibt mal in die Kommentare, was für einen IQ ihr vor dem Video habt und was für einen IQ ihr jetzt nach dem Video habt, das wäre irgendwer zu interessieren. Das laberst du, Digga, jetzt... Eltern verfluchen uns, weil die danach voll aufgerissen werden. Ich schwör auf alles. Ja, ich schwör auf alles, ja. Danach, Digga, zu älter. Wusstest du, wird Nemo nicht mehr bei Drachen fiest? Äh, du solltest er nerf mal, oui. Wusstest du, was das ist? Postleitzahl bei Rotomond. Postleitzahl bei Rotomond. Play it up, meine Giddi-Giddi. Ach, Digga, Neos sind jetzt hier bei Level 100, Digga. Ich könnte kotzen. Hä, echt? Ich erinnere mich nicht mal mehr an Level 100. Ja, und ich, Digga, schon so lange her. 101, Jungs. Warum macht ihr so? Warum wart ihr so? Ich warte. Ich bin bei 100 Level 90. Du wartest die ganze Zeit bei 100 Level 90. Laber nicht. Ich war echt bei Level 190. 180, was? Ich bin, ich ungelob, ich bin bei Level 187. Ich schwör, warte, 187. Hä, jetzt warst du gerade bei Level 90, Digga? Nein, ich hab gerade gelogen, damit Kula rüberkommt, wegen Pro und so. Weißt du? chimich,包括 Level 90. Ach Bro, man kann die Neos nicht machen. Das geht nicht. Cringe. Hä, Freunde, was ist das denn hier? Einfach so Würstchenparty. Sausageparty. Die Hausparty, so wo man auch nochmal hingeht. Salami. Oh! Tiu-tiu-tiu! Wollte du uns sagen, wann warst du letztes Mal auf der Hausparty? Hundebein. War nicht das letzte Mal bei einer Hausparty, wa? Ja. Sag ehrlich? Mama. Guck mal, oha. Ja, ist in Ordnung, Digga. Ist in Ordnung. Was denn? Nein, alles ist gut. Ja, du wolltest wissen, Digga! Nein, ja, beleidige meine Mutter, weiter komm! Wenn er sich glücklich macht, beleidige andere Mütter, Digga. Die, die mich auf die Welt gebracht hat, die arme Frau, und du beleidigst sie jetzt hier, Digga. Ja, die arme Frau, die dich auf die Welt gebracht hat. Digga, sagst du, Digga, du bist schon mit 70 Kilo auf die Welt gekommen, Digga. Halt die Schnauze. Hier, GG, Digga. Die arme Frau, Digga. Die arme Frau. Freunde, ich würd sagen, wenn ich das dir gefallen hat, jetzt am Ende war es natürlich kacke. Wir sind bei Level 200, Odomann bei Level 100. Da zeigt mal, dass wir doppelt so gut sind. Deswegen nenächte dieses Ding auch Pro-Spieler gegen Noob-Spieler. Wir sehen uns morgen zu dem Video, checkt die Jungs halt außer Odomann. Peace.